Hallo, ich bin Horst Evers und ich freue mich schon sehr darauf. Jetzt im September mein neues Programm, früher war ich älter, das praktisch gerade erst Premiere hatte, das wirklich nagelneu ist, an dem ich großen Spaß habe, dass ich gerade jetzt mit großer Freude anfange zu spielen, dann vorstellen zu können an drei meiner liebsten Orte, nämlich in Bad Saarow, Lübeck und Rostock, wo ich dann am 11., 12. und 13. September jetzt spiele, hintereinander weg. Ich finde sowieso, ich sollte viel mehr in Bad Saarow, Rostock und Lübeck spielen, eigentlich aber bin froh, dass es jetzt endlich mal wieder soweit ist. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Vielen Dank.